Ja, ein Husten zu anfangen. Ja. Das klingt gut. Es ist wieder definitiv Divinity-Time. Waren wir eher sto beim Prakus Rex? Ich hab gedacht wir wären schon viel weiter gewesen. Ja, das ist schon mal zu lang her, irgendwie. Wo geht's denn weiter jetzt überhaupt? Stimmt. Da hinten ist irgendwo drüber, die voll geil zu schlafen ist. Ja, irgendwie müssen wir... Ja, die nennt sich Tür. Wie geil verschlossen ist. Ja. Was Tür? Das ist die Truhe, die sich Tür nennt. Was? Echt? Bei mir hältst du anders. Ja, bei mir hältst du auch schon Truhe des Quälen Königs. Aber wenn du so drunter gehst auf das Schloss, hältst du das Schloss um die Tür. Was? Das war aber hier nicht. Ach so, ja. Ich sehe. Ähm. Warum sind die alle unkampft? Bei mir ist ein Toll spielt wohl niemand. So, hier mal hopp, klick, weg. Ja, toll. Gibt's hier noch irgendwas? Tolles? Ja, Moment. Ich nicht. Darfst du gern machen? Warum bin ich jetzt dran? Ja, der König ist tot. Lang lebe. Naja, der nicht. Aha. Ähm. Ja, ja.. Auf jeden Fall... Das muss es... Ah, Mitleid empfindet er. Ach so, jetzt muss schon wieder irgendwas an den Gegner Weiter Ja, das erwartet man von dir Jetzt krieg ich schon irgendeine Scheiße Ich habe jedenfalls nur heute und gestern entschlossen, dass wenn ich Holzfäller oder Waldarbeiter Da sein müsste Ich wohl Ein anderes Leben vorziehen würde Jetzt hab ich mir zu viel zu tun Ja, keine Ahnung Dass mir das so übel auf den Sack gehen wird Äh, Mann Hier krieg ich so Morgenstern dann schon mal Identifizieren kannst Warum bleibt denn der Hund in der Giftstehe, der Depp Ähm, ja, müssen wir jetzt irgendwie Rückwärts wieder raus Oder geht's halt woanders noch raus Ähm, ich weiß nicht, ich sehe nix Also ich sehe nicht, wo wir rausgehen können Ja Ich bin einfach wieder in die Stadt Weil wir haben jetzt viel Overlords gekillt Und Naja, aber Ich würde jetzt halt mal irgendwie gerne die Truhe, die hier stehen, noch aufkriegen Mit Hilfe Irgendeines Schlüssels Verbrennung Muss ja irgendwo was hin Von mir die Tür Pfeil und Leitfaden Pfeil und Leitfaden Da sind die sind unkaputtbar Na gut Sagt in das Tagebuch etwas Äh Also der Heiler ist jetzt an allen schuld Das wissen wir Moment, wir haben uns König Prakos entgegengestellt und ihn getötet Er ließ einen Schlüssel fallen Aha Wir sollten Aureus Bericht erstatten So, hab ich den Schlüssel Irgendwie hab ich so das Gefühl, als hätte ich nix Hier so das Seil zum Identifizieren Und so Krummsäbel Ähm Also du hast auch keinen Schlüssel? Praktisch Praktisch, praktisch Aber die bringen nicht viel Ich hab einen Schlüssel, der nennt sich Schlüssel Und einen Schlüssel, der nennt sich Schlüssel für die truhigen Lagerraum Okay Na gut Das wird wahrlich nicht viel bringen Ich zieh mir mal die Vasen herbei Ah ne, da ist Stamm Nichts Nichts Gut Naja, ich bin jetzt etwas ratlos Scheint wohl nix mehr zu geben, ne? Lebt da noch jemand? Thyliron Nicht genügend Platz Ja, du liegst da Ey, du scheiß Ratte Ich hab mal stehen Ach so Ne, nur unnötige Informationen Na gut Na gut Wenn hier alles so kacke ist Dann können wir ja mal Raus Und gegebenenfalls irgendwann wiederkehren Falls wir Schlauheit Über die Öffnung dieser Truhen erlangt haben So Äh, naja genau, wo reisen wir hin? Ja Ich würde sagen, die Stadt, oder? Und dann Nordtor Weil ja da dann gleiches Hauptmannsbüro irgendwo ist Ja, hier Glaub ich Du könntest bei Gelegenheit deinen Hund wieder Ja, ich würde drinnen Aber drinnen Ja, das ist echt praktisch Ich warte auf dich Komm gleich Drinnen Ja Ja Es ja alles so gibt Gold Böcher hier ans Nordtor Goldböcher Ja Und wo bin ich jetzt drinnen? Im Hauptmanns-Wacht-Gebäude-Dings Im Hauptmanns-Wacht-Gebäude-Dings Hauptquartier der Legion östlich östlich Ja Ich Sie Hm? Hm? Nein Ich kann nicht Egal Ja, du musst hier die Treppe runter und dann immer entlang Ja Ja Ja, genau Das Dach weg Wie ist das? Was? Das Dach Das Dach Was weg? Also Ja Ja, genau Wir sind alle Däger Das ist gut Hm, der kann auch nicht stillhallen Verletzt noch jemanden mit seinem Fetteschwert, wenn er so lobt Ja, richtig Wenn er so rücksichtslos rumlauft Oh, ist das laut So, über Untoten Das ist einfach fantastisch, ja? Und das ist gut gemacht, ähm Ähm Äh, ja Ein wenig Hoffnung, yippie XP und Ruf Äh Da, da, da Warnt Ahu Okay Ja Na gut Bis zum nächsten Mal wieder Ja Ich bin ja mal weg Äh, äh Dann bis zum nächsten Mal wieder Äh, äh So, Ahu Der war Auf dem Dachboden des Bürgermeisters, oder? Ja Du, die, die Katze Hm Obwohl Ist krass wie die Empfindlichkeit War das? Ich glaub schon Ich glaub schon Und ne, quatsch Du war Richtig Momentan war er doof auf dem Dachboden, oder? Ja Er rennt den ganzen Weg zurück Ja, da ist er, ne? Äh Ähm 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 Er geht jetzt hoch Ich will nicht runter oh knack so da sitzt die katze so jakes ermordung prakus bla bla weise hexen bla oh die stadt steht hier für eure schuld gut fertig so das bedeutet jetzt was katze katze so ein komischer typ hat von irgendeiner katze gesprochen eben jetzt ja genau oscar das ist ja schon mal eine katze namens oscar hier über den weg gelaufen so wie ich ja ich will immer noch eine von den abschlachten das müssen wir irgendwann noch machen bevor wir gespeichert haben wo soll denn das ja genau bevor wir gespeichert haben genau ob du wohnst an der maul ja ich glaube die katze hieß maxine oder so ne also das andere ist der unsinkbare sam vielleicht heißt er jetzt sam aber hieß früher oscar wer weiß mhm werde ich mal versuchen herauszufinden wenn er schon unsinkbar ist früher wolltest du oscar genannt nicht wahr äh äh ja even netze ah ein kannibale sogar und und ok gut bin ich jetzt schlauer ähm und sprüht ja also das ist das na wo geht es jetzt hin hin geil so was sind das hier lecuniere an der alten kirche in zysian ähm was soll hier ne alte kirche sein jetzt mal nix ähm ähm naja ähm können wir theoretisch jetzt wieder da über die brücke oder so aber im lade was natürlich oder nicht nochmal dort oben im Norden richtig beziehungsweise Lukula Straße nach Zysial müssen wir uns versammeln dann können wir reisen wenn wir das zwei Meter der bedroht jetzt zum Beispiel ist zu weit weg ja der ist da sehr kleinlich